Die Geschichte In die Wüste nach Marokko So sind wir als Team auch für den Film gereist Wer seid ihr? Es ist eine großartige Rolle all diese Orte zu bereisen Und Teil dieses wunderbaren Projekts zu sein Ist eine unglaubliche Erfahrung für mich Ich bin mir sicher, dass die Bilder unglaublich werden Wir haben schon ein bisschen was sehen dürfen Die Landschaftsaufnahmen sind unglaublich Diese riesen Kulissen, diese Kostüme Und alles was hier so im Set passiert ist schon so unglaublich Wenn man das hier mit eigenen Augen sieht Wenn sich das auch nur ansatzweise im Film so übermittelt Dann wird es ein großartiger Film Ich freue mich da sehr drauf Der Medikus ist ein großer epischer Abenteuerfilm Es ist ein Film über Wissensdurst Den Wissensdurst der menschlichen Seele Ich bin mir sicher, es wird Atem nach Raum Das ist ein Film über Wissensdurst Das ist ein Film über Wissensdurst Indem wir seiner Schöpfung dienen Möge er mich nicht für meine Sünden verdammen und in die Hölle schicken Sag mir, was du siehst Ich sehe nichts Ich fühle Du fühlst den Tod Ja Wer seid ihr? Das ist ein Film über Wissensdurst Das ist ein Film über Wissensdurst Das ist ein Film über Wissensdurst